Heute wird die Eisbahn in Fischofsheim an der Rollsportanlage Four Seasons eröffnet. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Hier ist wieder mal der Daniel. Wie ihr sehen könnt, ist auch schon richtig was los hier. Für das Leibnizepool wurde natürlich auch bestens gesorgt. Es gibt heiße Trinks, süße und herzhafte Leckereien. Und der DJ Dieter Michael Geis, der wird euch heute richtig einheizen, damit es euch auch nicht kalt wird. Die Eisbahn ist ab sofort täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Packt die Schlickschuhe ein, kommt nach Fischofsheim, wir freuen uns auf euch. Macht's gut, bis bald, euer Daniel. Ciao! Agrowth Geräusche Anzahl G giờ Anzahl Ab estrutur Untertitelung des ZDF, 2020